Wenn ich es richtig sehe, sind meine Bauarbeiter jetzt ein bisschen arbeitslos. Aber wir haben nicht genug Stein im Moment. Na gut, was wir schon mal in Auftrag geben können, ist die Straße hier rum. Und dann, wenn wir halt Stein haben, wird sie gebaut. So, schöne Verzweigung. Ach, und noch eine Straße gleich, hier zum Steinmetz. Aber machen wir die ruhig so. Und noch eines so. Und da ist unser Stein alle. Aber ja, sobald unser Töpfer da fertig ist, wird er wieder Steine kloppen. Na, du merkst, da steht schon eine Weile nebenbei. Da, Beuteliste. Holzweizen, Lehm. Okay, das ist gut zu verkraften. Gold kommt jetzt auch langsam wieder rein. Das heißt, wir können dich noch befördern. Und rausschmeißen. Du kriegst mal einen Jungen und du solltest auch einen Jungen kriegen. Besten kriegst du auch einen Jungen. Und du auch einen Jungen. So, du Steinmetz. Also, ich glaube nicht, dass ich eine große habe. Ich brauche jedenfalls nicht, um das hier alles kaputt zu kriegen. Hier drüben werden wir dann eher sehen. So, neue Kinder sind unterwegs. Ja, dein Einzugsbereich wird langsam ein bisschen klein. Klein. Deswegen verschiebe ich dich noch da oben. Ja, wir kriegen gerade kein Holz rein. Wir müssen eigentlich wirklich hier einen Holzfäller hinbauen und hier abholzen. Okay, du hast Bogenmacher erfunden. Gut. Wir haben drei Bögen hier. Und sieben Bögen hier. Das heißt, du stellst mir noch einen Bogen her. Und wir sind glücklich. Und ja, ich werde es leider wagen müssen. Holzfäller-Zelt. Ja, jetzt hier zu bauen. Da muss halt der Holzfäller aus der Pilzsammlerhütte hier arbeiten. Aber das ist ja auch nicht so der Abrieb. So, unsere Straßen werden auf jeden Fall gebaut. Weil hier sich Steine von hier oben holen auch noch. Na, da können Sie es ruhig machen. Da liegt ein Kadaver um. So, der letzte Bogen hoffe ich mal. Ja, Holzfäller. So, das heißt, die Bogenmacherei ist eigentlich auch fertig. Und ja, hier ist eigentlich mehr als genug Holz, dass die besser arbeiten können. Mal abgesehen vom Goldschmied kann sie sich jetzt gerade keine Holz holen. Weil der Holzfäller zu weit weg ist für die. Gut, er baut den Holzfäller. Leder sollte er hoffentlich irgendwo finden. Zum Glück haben Holzfäller ja eine Holzfäller-Bauarbeiter. Kein Bereich. Oh, ach ja. Jetzt wird es Zeit für die Verteidigungstürmchen. Und ja, es hat einen sehr besonderen Grund, warum ich die an diese Stellen setze. Die drei. Ah, ihr habt Bier getrunken und seid wieder voll satt. Gut. So, du bist erwachsen. Du bist erwachsen. So, ihr beide werdet schon mal da stationiert. So, die ersten beiden Bogenschützen kann ich schon mal machen. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Oh, gut. Oh, mein Droide sollte ich erst mal wieder Pils sammeln. So, du bist auch erwachsen. Bogenschütze, 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 Bier. Ausrüsten. So. So, Bogenschütze, Bogenschütze. Bier ausrüsten. Oh, der erste Wachtturm soll gebaut werden. Gut. Bogenschütze. Oh, der erste Wachtturm soll. Oh, der erste Wachtturm soll. Oh, der erste Wachtturm soll. So, der erste Wachtturm soll. Wir haben zwar ein bisschen Eisen jetzt, aber könnten wir immer noch mehr gebrauchen. Ja, Holz ist ein Problem. Steine irgendwie auch, Gold, alles. So, Bier. Und Nahrung scheint sich hier langsam einzupendeln wieder. Du kannst ruhig wieder Träger werden. Fürs Erste. Und wieder dem Bäcker helfen. So, Holzfällerzelt ist fertig. Das heißt, mein zweiter Holzfäller arbeitet jetzt erstmal dort. So, wie ich meinem Jäger mal auftragen würde, wieder als Schuster zu arbeiten. So, du sammelst Pisse, das ist gut. Du machst Kleinholz. Nahrung ist auch gut. So, ihr beiden hat das Gold. Und ja, ihr könnt euch vielleicht schon denken, was der Grund ist, warum ich hier Verteidigungstürme errichte und sie auch besetze. Direkte der Indianerlager. Daran konnte ich mich noch gut erinnern. Und da habe ich ziemlich viel Zeit verplempert, weil ich vergessen hatte zu speichern damals und mich die Indianer überrannt haben. Also ja, ich war ein Kind damals und ziemlich baff und wusste nicht, was ich tun sollte und so. So, mein erster Verteidigungsturm ist fertig. Oh, du machst hier die Straße fertig. Leider nicht wahrscheinlich. Nein, es fehlt genau ein Fitzelchen. Und schaue sie wieder Mehl und Wasser im Überfluss da. So, den brauche ich noch einmal befördern. Dann ist unsere Verteidigungstruppe fertig. Aber ja, es ist mal wieder soweit. Du machst noch neun. Und dann speichere ich. Und dann gibt es erstmal einen Cut. Bis gleich.